Jetzt sehen wir wieder vier Schwalben und den Phönix gehört man auch, wir haben den 14.07.2022. Oh, da haben wir den Bussart. Jetzt haben wir ein sehr schönes Spiel von den Spalben gesehen, du hast jetzt gerade noch einen Spatz angekommen. Elftusgund zwanzig. Das ist ein sehr schönes Spiel von den Spalben. Das ist ein sehr schönes Spiel von den Spalben. Das ist ein sehr schönes Spiel. 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 Das ist ein sehr schönes Spiel.